Das ist dein, das ist mein Auftrag. Jesus hat gesagt, geht hin, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Du bist gerufen worden, dort wo du bist, Salz und Licht zu sein. Leute, es ist Zeit zum Aufwachen. Es ist Zeit zu verstehen, dass Jesus dich nicht bestimmt hat, um irgendwo in einer Gemeinde ein froher Leben zu leben. Und still zu sitzen, in deinem Sitzen und zu meinen, nee, das machen alle anderen. Nein! Es ist so wichtig zu verstehen, Taufe ohne Glaube und Buße tut gar nichts. Aber Glaube und Buße zusammen mit Taufe, macht in der Taufe, dass wir unsere Sünden abgewaschen werden. Steh auf, lass dich taufen auf dem Namen von Jesus und deine Sünden abwaschen. Jesus wollte nie eine Religion oder eine Institution gründen. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zu unserem Ziel zurückzuführen. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zufrieden und 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 zufrieden Vielen Dank.